Musik Die Bäckerei Schill ist eine moderne Handwerksbäckerei, die Wert legt auf Qualität, familiär strukturiert ist und mit ihren Mitarbeitern zusammen versucht, die alten Handwerkstraditionen und moderne Technik zusammenzubringen. Unsere Zutaten versuchen wir hauptsächlich regional zu beziehen. Unser Hauptrohstoff, das Mehl, kommt aus der familieneigenen Mühle im Schwarzwald. Früher konnte man die Brezelreihen nur von Hand herstellen, war nicht anders machbar. Das war eine sehr monotone Aufgabe, über Stunden Brezeln zu schlingen. Heute ist es möglich, das mit moderner Technik über Anlagen und Maschinen herzustellen. Automatisierung hilft uns einfach, mehr Zeit für das Wesentliche im Beruf des Bäckers zu haben. Die wir in anderen Bereichen zur Verbesserung, Neuentwicklung von Produkten oder einfach zur Verbesserung von Abläufen einsetzen können. Beim Schlingprozess an sich wird aus einem großen Stück Teig, werden einzelne Teigstücke geformt. Diese werden zu einem Strang ausgearbeitet, der als erstes gleichförmig ist, dann seine typische schwäbische Form kriegt in der Mitte, großer Bauch, dünne Arme. Geht dann weiter in die eigentliche Schlingeinheit, wo zwei Greifer die Armenden greifen, die Brezel ausformen und dann weitergibt auf eine Absetzung. Wir können mit dieser Anlage 2300 Brezeln pro Stunde herstellen. Früher von Hand ist man ungefähr davon ausgegangen, dass ein Mitarbeiter ungefähr 500 Stück, 500 bis 600 Stück in der Stunde schafft. Die Anlage hat sehr kurze Rüstzeiten. Wir können mehrere verschiedene Produkte mit der Anlage herstellen. Wir haben uns für Komponenten in der Anlage für Festo entschieden, da wir einfach in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen mit Festo-Pneumatik-Teilen gemacht haben, dass sich gut mit Mehlstaub vertragen, im Dichtungsbereich sich nicht schnell durcharbeiten und die Belastungen im Arbeitsalltag einfach sehr gut aufnehmen. Eine schwäbische Brezel, ganz klar, muss einen dicken Bauch haben, zu den Härmchen hin dünner werden und ein Schnitt im Bauch vorne, wo dann aufklappt und weiß wird. Hello, friends. My name is Lalit Ahuja. My company, Hydraulics & Pneumatics Jaipur, is the official partner for Festo for last 20 years. We look forward to working with you. Thank you.